Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wie oft hier nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Darkfire Heroes. Ich kenne das Spiel nicht. Also zum ersten Mal, ich habe es mir heruntergeladen. Spieler, Stefan Red Dog. Okay, gut. Es lädt auf jeden Fall immer. Mein Stand. Darkfire Heroes. Feuerball. Tutorial. Ich lebe 5, oder? Ah, okay. 7. 8. Oh ja. 8. Okay, mhm, 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 mhm. Bello. Jetzt kommt der Boss. Oder gleich. Jetzt kommt der Boss. Okay. 5, 4, 2. Oh. Automatik geht. Kann man das denn auch noch schneller machen? Nö. Leider. Und der erste Boss. Oder der zweite Tutorial 1 um 1. Hier kommt der zweite. Hier kommt. Was ist das? Ja, ja, ja. Victorius? Eleon und Polen? Älva. 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 Oh, jetzt geht es schneller. Doppelte Schwierigkeit. Doppelte Schwierigkeit. Doppelte Schwierigkeit. Doppelte Schwierigkeit. Doppelte Schwierigkeit. Doppelte Schwierigkeit. Genau. Belohnung abholen. Und ... Level Up. Na, das ist eine. Nina. Neuen Helden. Wie geht's Leder erst weiter? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Jetzt haben wir hier noch eine Kradis-Tour. Die 10 Minuten sind fertig, aber wir schauen noch ein bisschen. Ja, nochmal. Edelstein. Splitter. Splitter. Ich habe 5 Erlebnisse. Okay, täglich. Gibt es die Energie aus? Hm? Spiel dreimal Arena. Erst mit Level 4. Schließt zwei Expeditionen ab. Level 2 ausrüsten. Okay. Okay, gut. Einen Brief habe ich auch. Öffnen. Ach nee. Boah. Dann fangen wir an mit Kampagne. Ich muss erst Level 4 sein. Über逆em mich liegen. Ich habe historisch optimal. Ich habe изghies humanos. Ja. Ich habe die Fan- currentes. Dann fangen wir an. Jetzt r 기억ibe ich in. In gathered ab und ab wiederbezue ich auf. So, dann geht jetzt wieder die Jagd los. 1 von 2 Abschnitte, ok 2 von 2. Oh, aufleben. Und, ne? Fähigkeit aufleveln. Zauber. Das heißt, ich habe wieder eine Quest fertig. Ah, da eine Quest. Ne, noch nicht. Na gut, da geht es weiter. Oh, da schließe ich noch hin. Hallo, da geht es weiter. Na super, hier ist er mit mir weiter. Und da wit curious. Und GREF launches. Wach cours. Saat uns. Wach resم starten. Wach ralt. Wach cours. WachYou, kochner. Hier r bloque. Wir sind da. Oh Gott, was? Oh, wasser? Ah, okay. Okay. Hm-hm. Okay. Pressed. Ich hätte eigentlich den 1 wechseln können, der 1 war jetzt Level 2 gewesen. Aber ich habe den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20. Oh oh, I have to go down. Okay. Blablabla, 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 blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Oh wait, it's gone. Blablabla, blablabla. 2 2 2 3 3 3 1 tank 2 tanks restedius das ist ein Zauberer hmmm also man sollte auch immer mit 2 tanks weil die Greifen ja von 2 Seiten die ich gesehen habe jetzt gibt es nur ein kleines Lamm also das Spiel scheint ziemlich neu zu sein ja ok wenn beide Tanks von der einen Seite hin laufen dann bringen die 2 Tanks auch nichts ja jaja 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 zince jaja 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 Das war's. No, ja, ja, ja. Ich bin level 4. 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 Oh, so weit 4. Ich bin level 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 4.